Dieses komische Kräuter-Baguette-Lifehack-Video ist bodenlos viral gegangen. Aber so sehr ich die Idee auch feier, dieser Fall von viel zu wenig Käse geht mir hart auf die Eier. Ich glaube, es ist Zeit, das Ganze zu verkrassern. Überostdeutsche Kulturgutstangen. Und nein, ich habe keinen Kontaktgrill, aber ich habe hier dieses belgische Kellereisen. Das wird ja wohl auch als Waffel gehen, oder? Oder? Stopf ihn rein, den Dude. Sodbrennen so leicht wie nie, Sucukwurst enttäuscht er nie. Und wenn es auch zwei Kilo waren, zu wenig Käse in den Kommentaren. Aber was tut man nicht alles für die Wissenschaft? Um Gottes, Bruce Willis. Denk schon, dass mein Magen morgen Insolvenz anmelden muss. Du musst das auch irgendwie zukriegen. Oh, hallo Iwems, Hebamme. Ja, ich bin Chiropraktiker für Küchengeräte. Oh, verdampf. Ich würde sagen, lass mal einen bauen. Ich will die gar nicht so laut. Eine legendäre Soße deiner Wahl. Fein gehackte Pickle Ricks. Und ein paar Onions. Ihr Rinderlein kommet. Und fertig ist unser veganes Wunder. Bruder. Für das Teil brauchst du wirklich einen Waffelschein. Markier einen Freund, den du das unbedingt mal zeigen musst. Oh Gott, das ist mir so übertrieben. Krankenkassen hassen diesen Trick. Hallo? Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott.